Ja, was soll ich sagen? Ich werde es schon im Institut gelesen haben. Das ist der Grund, warum letztendlich die Videos unregelmäßig kommen. Und so nebenbei habe ich noch zum Studieren angefangen. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung, da war sehr viel zu tun. Ich habe vor vier Wochen mit dem Studium angefangen, auch sehr viel Aufwand. Deswegen bin ich sozusagen immer eine Woche hinten gewesen mit den Videos. Das wird auch so bleiben, also es wird jetzt keine Ahnung, wann genau die Videos jetzt immer bekommen werden, aber Sonntag 18 Uhr wird wahrscheinlich nicht bleiben, sondern eine andere Zeit. Vielleicht Sonntagvormittags, vielleicht auch Samstag, frühen Vormittag oder Nachmittag, ich weiß nicht. Ich blende euch auch ein paar kurze Einblicke ein und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020